Yo Leute, was geht? Die Jungs fahren heute schneller als ich und wir haben uns nicht an der Podcast-Location getroffen, sondern wir haben gerade die deutschen Nationalmannschaft auf der Autobahn gesehen zum Podcast-Dream. Robert! Geiler Hund! Let's go! Wachen wir mal hin! Hey, Marius! Wo gehst du denn hin? Ich bin schon auf dem Weg! Ich komme! Ja dann! Komm mal raus jetzt! Wo ist er denn? Na wo ist er denn? Geiler Hund! Hey! Ist er da? Was? Hast recht! Digga! Ultralaut! Jetzt ist die Tür offen! Jetzt geht's los! Heute nicht wie gewohnt eigentlich! Wir nehmen euch hier mit! Markus Romm am Start! Tänzer, Musiker, Familienvater, Hundebesitzer! Ja, geiler Hund! Geiler Hund! Ja, geiler Hund! Ja, geiler Hund! Ja, geiler Hund! Ja, geiler Hund! Was hast du eigentlich schon ein paar Videos gemacht? Ja, geiler Hund! Geiler Hund! Bis zum nächsten Mal.